Wir sind die Uniklinik Köln. Spitzenmedizin. Das ist unsere Leidenschaft, unser Anspruch und unsere tägliche Herausforderung. Ob im Hörsaal oder im Labor, auf Station oder in der Küche, in der Werkstatt oder am OP-Tisch. Bei der Versorgung unserer Patienten arbeiten wir alle Hand in Hand. Dafür haben wir eine gemeinsame Philosophie und Werte, an denen wir uns alle orientieren. Damit wir die Therapieergebnisse für unsere Patienten mit Krebs auch wirklich verbessern, bedarf es zum einen der konsequenten Vernetzung der vielen Spezialisten, die wir hier am Universitätsklinikum haben. Stichwort Interdisziplinarität. Zum anderen müssen wir natürlich auch kontinuierlich daran arbeiten, die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung auch wirklich zum Patienten zu bringen. Stichwort Translationale Forschung. Und gerade das ist unsere Aufgabe als ein universitäres Spitzenzentrum. Um diese Ziele für möglichst viele Patienten mit Krebs zu erreichen, streben wir auf fruchtbare Partnerschaften mit niedergelassenen Ärzten, mit Krankenhäusern, aber auch mit anderen Forschungseinrichtungen an. Wir haben dabei natürlich auch den Anspruch unserer Patienten, in dieser existenziell bedrohlichen Situation umfassend zu betreuen, ihnen Begleiter zu sein und ihnen somit zu helfen, diesen schwierigen Lebensabschnitt besser zu meistern. Unser Team stellt in der Uniklinik die Versorgung unserer Patienten mit Arzneimitteln sicher. Diese Aufgabe stellt uns täglich vor neue Herausforderungen, die wir nur mit einem guten Team meistern können. Wir arbeiten für und mit zahlreichen anderen Menschen in der Uniklinik zusammen. Das geht natürlich erheblich einfacher, wenn alle das gleiche Ziel haben. Uns liegt die Arzneimitteltherapiesicherheit sehr am Herzen. Unsere neue Krankenhausapotheke ist mit modernster Technik ausgestattet. Das ermöglicht unserem Team die optimale Versorgung unserer Patienten und die beste Beratung rund um das Thema Arzneimittel. Ein wichtiger Arbeitsbereich ist die individuelle Herstellung von Arzneimitteln nach höchsten Qualitätskriterien. Wir produzieren zum Beispiel niedrig dosierte Kinderarzneimittel, Salben, Zäpfchen und Kapseln. Für die Behandlung von Krebs, Infektionen und Schmerzen werden individuelle Dosierungen vorbereitet. Auch die kleinsten werden von uns mit parinteraler Ernährung versorgt. Nur durch dieses Spezialwissen und die Erfahrung, die all unsere Mitarbeiter in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen aufgebaut haben, können wir diese Aufgaben Tag für Tag erfüllen. An der Uniklinik Köln und der medizinischen Fakultät arbeiten viele unterschiedliche Berufsgruppen. Unsere besondere Stärke entsteht aus dem Zusammenwirken dieser einzigartigen Menschen. Wir sind die Uniklinik Köln. Spitzenmedizin. Tag für Tag. Hand in Hand.